Puppen-Mama Wir sind ganz schön kaputt. Jetzt gehen wir nach Hause. Wir waren im Park und haben gespielt. Lass uns Laniak ausziehen. Lass uns Laniak ausziehen. Und deine Schuhe. Jetzt waschen wir deine Hände. Lass uns deine Hände trocknen. Lass uns deine Hände trocknen. Hier Loli. Hier ist dein Hundefutter. Rose hat auch bestimmt Hunger. Ich mache hier was zu essen. Hm. Ich mache Rose Milchbarm. Oh nein, der Herd funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Wer ist das? Die Mikrowelle, die ich letzte Woche bestellt habe, ist angekommen. Genau zur richtigen Zeit. Jetzt kann ich Rose Milch in der Mikrowelle warm machen. Hm. Hm. Der Topf ist zu groß. Ich tue das in einen kleineren Topf rein. Fertig. Fertig. Jetzt fülle ich die Milch in die Flasche rein. Jetzt fülle ich die Milch in die Flasche rein. Jetzt fülle ich die Milch in die Flasche rein. Okay Rose, hier ist deine Milch. Wissen Sie noch, wann ich meine Mikrowelle bestellt habe? Schreibt mir in die Kommentare. Tschüss. Tschüss! Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal.